einen wunderschönen guten tag willkommen zu einem gewinnspiel ja ich habe noch ein spiel übrig und ich habe mir gedacht das verlose ich einfach mal und bevor es in der steam bibliothek rumstaubt als geschenk verschenke ich es lieber weil dazu sind ja geschenke bei sie mir eigentlich auch da ich kann es ja selber nicht spielen und mein pc würde es sowieso nicht schaffen es geht um das folgende game vanishing of even kater dieses spiel habe ich schon beim 300 abonnenten special verlost allerdings hat der typ der es gewonnen hat sich null gemeldet ich habe ihm eine e mail geschrieben ich habe ihn privat auf youtube angeschrieben er hat sich nicht gemeldet und das schon die ganzen monate nicht daher würde ich mal sagen pech gehabt wer sich da um nicht kümmert er hat sich halt beim abonnenten gewinnspiel sich angemeldet und hat dann schließlich gewonnen und sich nicht gemeldet das ist dann halt doof gelaufen so ich hoffe das funktioniert jetzt hier einigermaßen gut wir sind wir sind ja jetzt etwas mehr leute daher habe ich mir gedacht ist doch jetzt gut mal ein gewinnspiel zu machen also so wenn ich schien auf even kater was müsst ihr dafür tun um dieses wunderbare spiel mit geiler grafik zu bekommen ihr müsst genau drei fragen beantworten und die mir die antworten per e mail schicken die e mail steht unten in der beschreibung und ich würde mal sagen fangen wir mit den fragen an also frage nummero eins wie heißt das zweite lied in meinem ersten podcast und die frage zwei wie lang ist mein 50 abonnenten special video also die die länge des videos frage drei die frage kommt gleich es gibt ein video auf youtube das heißt achten unter vier augen mit oliver musik jetzt kommt die frage wie heißt der kanal der dieses video erstellt und hochgeladen hat das waren die drei fragen und ich wünsche euch allen viel glück beim beantworten dieser wunderbaren fragen wenn ihr mitmachen möchtet die drei fragen beantworten mir per e mail schreiben und dann werden wir sehen ich wie lange geb ich dich gebe ich euch denn eigentlich zeit welche haben wir heute ist donnerstag bis montag würde ich sagen also bis montag habt ihr zeit die antworten einzulösen und ja zu euch zu qualifizieren die leute die sich dann qualifiziert haben die werden dann von einem random generator oder wie man das auch immer nennt werden dann die namen ausgelöst oder der eine name und der eine name der dann von den ganzen die mitgemacht haben ausgelöst worden ist bekommen da bekommt dann die vanishing of even kater also dann noch einen wunderschönen guten tag und tschüss habe ich gerade wirklich den wunderschönen guten tag gesagt ist das ach egal tschüss tschüss